Hallo ihr Lieben, in diesem Video möchte ich mal wieder über etwas sprechen, was ich in einer sehr eigenen Wortprägung Kognitivismus nenne. Und ich möchte dazu sagen, Kognitivismus in dem Sinne, wie ich ihn verstehe, ist eine politische Kategorie oder Teil einer größeren, wenn man das so großkotzig sagen will, politischen Theorie. Und macht nur im Rahmen dieser Theorie Sinn, also zumindest den Sinn, den ich gern hätte. Und wie kann man das so auf den Punkt bringen? Man kann es eben auf den Punkt bringen, was der Titel dieses Videos schon sagt, gesellschaftlichen Zusammenhalt kann Mensch sich nicht denken, kann man sich nicht denken, kann Mensch sich nicht denken. Das wird nämlich viel versucht. Also wir haben das zum Beispiel gerade in der sogenannten Europäischen Union, die alles andere als eine Union ist und auch gar nichts anderes sein kann als ein bürokratischer Apparat, dem es eben auch an Zusammenhalt fehlt, gerade an den entscheidenden Stellen, weil das bei uns Menschen einfach nicht funktioniert. Also da geht es ein Stück weit tatsächlich um menschliche Selbsterkenntnis, aber nicht eben des einzelnen Menschen, sondern wirklich der Spezies Mensch, dass wir verstehen, wie wir Menschen ticken, wie wir funktionieren und wie wir eben auch nicht funktionieren, obwohl wir so ein merkwürdiges Bild aus unserer eigenen Kulturtradition haben. Also sozusagen traditionell zeichnen wir ein wirklich falsches Menschenbild, von dem wir heute wissen, Kraft neuerer, wissenschaftlicher Erkenntnisse über uns selber, dass es falsch war, immer schon, nur haben wir halt nie, es ist nie so im allgemeinen Bewusstsein angekommen, beziehungsweise das falsche Menschenbild, das wir traditionell haben. Ich rechne da halt sehr stark auf Plato und Aristoteles zu, aber das kann man natürlich auch in Frage stellen. Aber sagen wir ja, ein klassisches Menschenbild, ein klassisch europäisches Menschenbild, das immer schon falsch war, das ist halt, wie soll man sagen, sehr präsent, es sitzt sozusagen unserer Kultur in den Knochen, es ist sehr tief eingefleischt, um blöde Metaphern zu verwenden. Und es geht nicht einfach eben mal von heute auf morgen weg, ganz offensichtlich. Also obwohl wir längst es besser wissen, verhalten wir uns immer noch so, als ob wir es nicht besser wüssten. Also sozusagen, als könnte sowas wie gesellschaftlicher Zusammenhalt tatsächlich gedacht werden oder es sei es ein mentales Konzept oder eine Haltung oder irgendwie sowas. Und das ist einfach, wie soll man sagen, das wissen wir einfach heute besser. Wir Menschen sind halt Unmittelbarkeitswesen. Und wenn wir es nicht unmittelbar haben, wozu wir in keiner unmittelbaren Beziehung stehen, das hat für uns, also wenn es darauf ankommt, so gut wie keine Bedeutung oder keine Handlungswirksamkeit. Also macht keinen Unterschied in unserem Verhalten. Und was sehr schön ist, im Positiven, wenn man es mal ins Positive dreht, Menschen sind hochreaktiv auf gegebene Umwelt. Also das heißt, gerade auf Beziehungsumwelt, das heißt auf soziale Systeme, wir reagieren auf soziale Umwelten und verändern uns dann oft sehr drastisch, sehr viel drastischer, als wir das uns oft vorstellen können. Und das lässt sich in verschiedene Begriffe fassen. Ein Begriff, den ich mal vor langer Zeit gelernt habe, ist Institutionenethik. Das ist sozusagen die Anerkennung der Tatsache, dass wir Menschen so hochreaktiv sind auf stabile Umwelten und vor allem auf stabile soziale Umwelten und uns im einen sozialen Kontext wirklich völlig anders verhalten, der gleiche Mensch, als im anderen sozialen Kontext. Und das ist so ein bisschen das gegenteilige Denken, was wir halt gerne oft so in der Psychologie oder in der individuellen Selsterkenntnis haben, der Charakter, ja. Und die Vorstellung ist dann immer so, der Charakter ist in allen Situationen gleich, also der Mensch ist ein stabiles Ding, ja. Ein Ding, das erkannt werden kann und das verhält sich immer gleich, egal wie die Umwelt ist. Ja, das ist jetzt nicht ganz verkehrt. Es gibt Verhaltensmuster, es gibt Prägungen, es gibt auch genetische Dispositionen, das lässt sich alles gar nicht in Frage stellen. Die Frage ist, ist das der relevantere Teil am Menschen, also ist der sozusagen, was man so auf stabil stellen kann oder stabil sich denken kann, ist das der interessantere Teil oder ist der situationsresponsive, veränderliche Teil des Menschen der interessantere Teil. So, und halt für, wenn wir Verhaltensänderung wollen und wenn wir halt sozusagen, dann ist halt das Interessante, unter welchen Umständen verändern wir denn das Verhalten, ja. Und dann wird Institutionenethik extrem interessant und, ja, also das ist jetzt sehr, sehr oberflächlich dahin schwadroniert, wie so oft bei mir. Was ich sagen will ist, wenn wir fähig sein wollen, in sehr komplexen sozialen Gebilden Entscheidungen zu treffen, die, wie soll man sagen, für sehr viele Beteiligte, wenn nicht sogar für alle Beteiligte schwierig sind, können wir auf Zusammenhalt nicht verzichten. Und dann wird es entscheidend, wenn wir das also klar haben, wir brauchen Zusammenhalt, erlebten Zusammenhalt, belastbaren Zusammenhalt, dann ist eben nur die reine Frage, wie können Wesen wie wir, also so merkwürdige Wesen wie vom Typus Mensch, diese Form von belastbarem Zusammenhalt herstellen. Weil ganz offensichtlich stellt er sich nicht von alleine her, er ist nicht einfach da, er ist nicht gegeben, wir müssen was tun. Und dann, wenn halt klar ist, wir sind Unmittelbarkeitswesen, wir sind unmittelbare Beziehungswesen, wir brauchen es unmittelbar, dann ist also die logische Konsequenz, es ist wirklich, ich würde wirklich sagen, es ist reine Logik, dass man uns zusammendringen muss in neuartiger Form, in neuartiger Weise. Und genau das, da kommt eben die Losdemokratie ins Spiel, weil es genau dieses Problem schon mal in der Menschheitsgeschichte gab und es schon mal eine sehr, sehr interessante Antwort darauf gefunden wurde, eben im antiken Athen mit den kleistinischen Reformen, wo offensichtlich institutionelle Maßnahmen ergriffen wurden, verfassungsmäßige Maßnahmen, ja, politische Maßnahmen im ursprünglichen Sinne des Wortes, Politeia und so, um gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen. Das heißt, nach meiner Deutung haben die Griechen in Athen begriffen, dass sie gesellschaftlichen Zusammenhalt brauchten, dass sie ihn nicht einfach hatten, also dass sie ihn herstellen mussten, das ist also die altgriechische Kategorie der Technä, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt eben etwas Technisches ist, im altgriechischen Sinne tatsächlich technisch. Und sie haben auch begriffen ungefähr, was sie tun müssen, um gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen. Das heißt, sie hatten es tatsächlich drauf und sie hatten es sehr viel mehr drauf als wir. So meine Deutung, die ist vielleicht in vielen Punkten wirklich angreifbar und fragwürdig, aber sie ist interessant. Und das hat sie mindestens für sich, weil sie einen Ausweg aus unseren Krisen andeutet, den wir noch nicht mal ansatzweise bislang versucht haben. Also wir versuchen im Grunde, Maßnahmen zu treffen als Gesellschaft, über die wir uns dann ständig zerkrachen und zerkriegen. Das sehen wir bei jeder sogenannten politischen Frage, sehen wir das, dass wir uns gegenseitig blockieren. Es kommen faule Kompromisse raus, alle sind unzufrieden. Ständig steht auch in Frage die Handlungsfähigkeit, also ob wir überhaupt noch gemeinschaftshandlungsfähig sind, dass ob wir als Gesellschaft überhaupt noch fähig sind, Entscheidungen zu treffen, die halt sozusagen eine gewisse Voraussicht haben und uns vielleicht auch kurzfristig wehtun. Also sogenannte Investitionen. Also wer denkt, wie soll man sagen, Maßnahmen, die kurzfristig wehtun, seien irgendwie was Problematisches, dem sei gesagt, das ist die Struktur einer Investition. Investition heißt, ich verkneife mir jetzt etwas, um später besser dazustehen. Das ist die Struktur. Das heißt, kurzfristig tut es weh. Und die Frage ist, können wir das als Gesellschaft? Und nach meiner Deutung können wir es nur dann, wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt sehr hoch ist. Er ist aber eben nicht einfach da, er muss hergestellt werden. Und das heißt, wir müssten einen beträchtlichen Aufwand erbringen, beständig, den wir derzeit nicht erbringen. Wir müssten was tun, was uns was kostet, was also sozusagen subjektiv, nach einem subjektiven Kostenbegriff, nicht einem monetären, finanziellen Kostenbegriff, sondern so im Sinne von eines ausgeweiteten Kostenbegriffs, wie man ihn in der philosophischen Ökonomik findet. Liebe Grüße an Karl Hohmann, der das mal systematisch ausgearbeitet hat vor Jahren und bei dem ich studieren durfte, unter anderem bei ihm. Also in einem sehr ausgeweiteten, nicht monetären, nicht finanziellen Kostenbegriff ist es eben sehr kostspielig, diesen Zusammenhalt herzustellen, und zwar für jeden Einzelnen. Das heißt, uns alle kostet es viel, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu haben. Wir können aber auf diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht verzichten. Das heißt sozusagen, dass wir dort investieren, ist fast unausweichlich oder um ein bescheuertes Wort zu verwenden, alternativlos. Wir müssten, wenn wir es gut mit uns selbst meinen, beständig investieren, also beständig uns Kosten aufbürden individuell, um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu haben, den wir aber unbedingt, unbedingt brauchen, um dann überhaupt als Gesellschaft die Maßnahmen ergreifen zu können, die also sozusagen absolut notwendig sind, um sozusagen ein gutes Zusammenleben zu erhalten und auch ein gutes Leben für jeden Einzelnen. Und genau das tun wir nicht. Also wir haben so die naive Vorstellung, entweder wir müssten nichts tun, um gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen oder gesellschaftlicher Zusammenhalt sei vielleicht gar nicht so wichtig oder er sei schon einfach von alleine da oder wir sind eben Kognitivisten und denken, wir können uns gesellschaftlichen Zusammenhalt denken. Ja, so in der Sprache herstellen, in der Öffentlichkeit, als Haltung. Irgendwie so, keine Ahnung, wenn alle die gleichen Bücher lesen oder so, ist gesellschaftlicher Zusammenhalt da und wer schon mal Leute erlebt hat, die die gleichen Bücher lesen, in der Philosophie erlebt man das sehr viel. Er erlebt nicht Leute, die einen großen Zusammenhalt haben. Nur so als Hinweis. Ja, so, es ist nicht sehr, 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 wie soll man sagen, evident oder so. Also, nichts spricht letztlich dafür, dass das so funktioniert, dass so Zusammenhalt entsteht. Und es gibt halt, da sei auch nur nochmal drauf verwiesen, der Vollständigkeit halber, es gibt halt mittlerweile sowas wie Freundschaftsforschung. Es gibt also Wissenschaftler, die erforschen, wie entsteht in der Realität Freundschaft. Durch was? Ja, so. Komm mal, wie der ganz altgriechisch daherkommt, könnte man doch mal bei Aristoteles nachschlagen, wie der das sich gedacht hat, wie Freundschaft entsteht. Da gibt es sehr interessante Aussagen bei Aristoteles über Freundschaft. Auch da so am Rande. Aber noch interessanter möglicherweise für uns ist, was sagt unsere moderne, empirische, wissenschaftliche Forschung darüber, wie zwischen Menschen Freundschaft entsteht. Und da gibt es einfach interessante Aussagen, die, wenn wir gesellschaftlichen Zusammenhalt herstellen wollen, oder um einen Begriff, der eben der Antike abgeschaut ist, Bürgerfreundschaft, ja, bei Christian Meyer, der also bedenkenswert wäre, ja, wie kann zwischen hochverschiedenen Menschen, und da auch nochmal, wieder altgriechisches Denken, die Freundschaft der Bürger ist Freundschaft zwischen verschiedenen, nicht zwischen ähnlichen, nicht zwischen gleichen, zwischen zwar gleichwertigen, gleichgestellten, aber nicht zwischen gleichen, ja, also die Polis ist eine Einheit aus verschiedenen, nicht aus gleichen. Es ist keine Gleichschaltung, man muss nicht vorher ähnlich sein, man muss nicht einen gemeinsamen Kanon oder eine gemeinsame Bildung durchlaufen haben, man braucht nicht ähnliche ökonomische Verhältnisse. Das sind ja alles so Annahmen, die heute weit verbreitet sind, auch von sehr, sehr klugen, sehr, sehr intelligenten, hochstudierten und hochgeehrten Leuten wirklich ernsthaft vertreten werden, dass man das bräuchte für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und also, liebe Leute, wie ihr das glaubt, ihr habt tatsächlich das ursprünglich politische Denken bei den alten Griechen wirklich gegen euch, weil die alten Griechen haben anerkannt, dass die Polis eine Einheit aus verschiedenen ist, ja. Und das bedeutet, wir brauchen nicht ähnlich zu werden, um Zusammenhalt zu haben. Das ist eine wichtige Erkenntnis, aber wir brauchen was anderes, ja. Und das, genau dieses Andere, woraufhin auch unsere moderne Freundschaftsforschung hinweist, was wir bräuchten, also welche Art von Kontakt zwischen uns müssten wir kultivieren, müssten wir pflegen, in welche Art von Kontakt zwischen uns müssten wir investieren, damit wir eine freundliche, respektvolle Gesellschaft bekommen, die so stark zusammenhält, dass sie auf dieser Grundlage dieses starken Zusammenhalts angesichts existenzieller Bedrohungen handlungsfähig ist. Genau das müssten wir beachten. Und dazu hat eben unsere moderne wissenschaftliche Forschung verdammt viel zu sagen. Und wir ignorieren diese Erkenntnisse über uns selber, über den Homo sapiens sapiens, den sogenannten, kontinuierlich. Wir ignorieren das einfach, also wissen, was wir über uns selber haben. Ignorieren wir, machen einfach weiter, als wüssten wir es nicht besser, wie wir funktionieren, ja. Und das ist ganz schön drastisch. Also wie sehr wir ausblenden sozusagen, wie der Mensch ist, der Mensch an sich tatsächlich, ja. Oder zumindest wie er heute erscheint unter bestimmten modernen wissenschaftlichen Fragestellungen. Man kann eine bestimmte Frage stellen. Wie entstehen Freundschaften? Was ist da notwendig, ja. Welche Freundschaften halten auch, ja. Was tun die Menschen? Was tun sie nicht? Und so. Das ist doch alles sehr interessant, könnte man wahrnehmen. Ja, und ich als Laie, vollkommener Laie, der von nichts richtig eine Ahnung hat, habe das versucht und komme zu merkwürdigen Schlüssen als Resultat dieser laienhaften Wahrnehmung von wissenschaftlicher Forschung. Ja, meistens bei mir aus dritter Hand. Also auch wieder sehr fragwärtig, schon verwässert durch populärwissenschaftliche oder wissenschaftpopularisierende Magazine, ja, so, die halt einem laienhaften Publikum wissenschaftliche Erkenntnisse versuchen zu vermitteln. Ja, so, weil man halt nicht jeder ein Wissenschaftler auf jedem Gebiet sein kann. Wer kann das? Übrigens auch hier nur am Rande, auch nur der Vollständigkeit halber. Also, wir haben ja auch so mystische Bilder vom Wissenschaftler, die der hocharbeitsteiligen Wissenschaftsgesellschaft, die wir sind, überhaupt nicht gerecht werden. Also nur nochmal zur Klarheit, jeder einzelne Wissenschaftler heute ist auf allen anderen Gebieten, außer seinem sehr, 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 sehr spezialisierten Fachgebiet, ein Laie. Wissenschaftler haben nicht magische Kräfte, gerade nach ihrer eigenen Deutung nicht. Da sind keine Zauberer oder so. Das sind halt Leute, die sich mit einem sehr, sehr engen Gebiet auf sehr, sehr spezielle Weise sehr, sehr lange und intensiv befasst haben, dafür auch von der Gesellschaft sozusagen freigestellt wurden, dass sie das überhaupt können, um die Erkenntnisse zu liefern, die man nur unter solchen Bedingungen als Mensch generieren kann. Und das ist also hoch voraussetzungsreich und idealerweise ergänzt es sich, der eine Wissenschaftler forscht an dem, der andere Wissenschaftler forscht an dem, was immer auch Synthese wissenschaftlicher Erkenntnisse, also wenn man verschiedene Erkenntnisse zusammenführen will, zu einem hoch anspruchsvollen eigenen Tätigkeit eigentlich macht, wo ich gar nicht weiß, haben wir dafür Spezialisten, Spezialisten in Synthese verschiedener Erkenntnisse. Mir kommt es oft so vor, dass die fehlen, aber auch das nur am Rande. So, aber jeder Wissenschaftler ist auf allen anderen Gebieten als außer seinem eigenen Fachgebiet ein Laie. Und genauso ahnungslos wie alle anderen auch. Ja, außer dass er vielleicht so grundsätzlich von wissenschaftlicher Methodik vielleicht etwas mehr Ahnung hat als andere. Aber auch selbst wissenschaftliche Methodik kann sich drastisch, drastisch unterscheiden. Wenn auch die Grundprinzipien ähnliche sein mögen, ja, ist trotzdem so, dass man nicht automatisch, weil man auf dem Fachgebiet Ahnung hat, man auf irgendeinem anderen Fachgebiet auch Ahnung hat, sondern da gibt es halt drastische Irrtümer dann, ja, von Wissenschaftlern über andere Bereiche, die halt nicht ihr Spezialgebiet sind. Und das wird eigentlich auch innerhalb der Wissenschaftskultur weithin anerkannt. Das ist eine professionelle, selbstreflektierte wissenschaftliche Haltung in der Wissenschaftstheorie. So, das alles nur am Rande. Was ich sagen will ist, wir wissen heute, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt geht. Wir können davon ausgehen, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt notwendig ist, um heute tatsächlich Handlungsfähigkeit herzustellen. Eine Handlungsfähigkeit, die sehr wahrscheinlich notwendig ist, mindestens um unser Zivilisationsniveau, das wir mittlerweile erreicht haben, zu erhalten, wenn nicht sogar um das Überleben der Menschheit überhaupt zu sichern. Also wir haben existenzielle Probleme, wir Menschen. Die Menschheit hat existenzielle Probleme. Und die Frage ist, können wir auf sie so antworten, dass es uns noch gut geht? Finden wir Reaktionen, gesellschaftliche Reaktionen, nicht individuelle Reaktionen, dass es uns als Gesellschaft weiterhin miteinander gut geht oder überhaupt erst mal anfängt, miteinander gut zu gehen? Man kann ja auch in Frage stellen, ob das heute ein guter Gesellschaftszustand ist. Man kann ja sagen, bisher war es gut und jetzt verfällt es. Man kann aber auch sagen, vielleicht war es noch nie richtig gut und wir haben uns nur Illusionen gemacht über unser eigenes Wohlergehen. Vielleicht war Gesellschaft die letzten paar tausend Jahre auch einfach richtig scheiße. Immer. Verschiedene Arten von Scheiße. Verschiedene Geschmacksrichtungen, verschiedene Färbungen von Scheiße. Aber es war immer scheiße. Vielleicht geht es darum, überhaupt mal eine Gesellschaftsform zu begründen, die halbwegs erträglich ist für uns. Wo wir nicht einander permanent auf den Sack gehen. Oder die Eierstöcke, keine Ahnung. Dass wir uns nicht permanent sozusagen selber schädigen und wechselseitig das Leben zur Hölle machen. Sondern wo wir tatsächlich das wieder, nach meiner Deutung, werden, was wir möglicherweise unter Paleo-Verhältnissen in der Steinzeit waren. Nämlich eine sehr empathische, sehr kooperative Spezies, die ihre Superkraft gerade auf der Ebene Kooperation hat. Also die fähig ist, zum Beispiel Bedürfnisse und Gefühle voneinander zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren. Also wenn man das jetzt einfach so behauptet, dass wir Menschen das können und dann auf die empirische Realität, auf unseren heutigen Alltag guckt, kann man das durchaus in Frage stellen, dass wir Menschen das können. Also ständig werden Menschen missverstanden und ihren Bedürfnissen gar nicht verstanden und so behandelt, also wir einander behandeln und so, als würden wir einander nicht verstehen können. Als ob. Dieses als ob ist wichtig. Das bedeutet, wir können das im Prinzip, aber halt unter bestimmten Bedingungen, und da sind wir wieder bei der Institution Ethik, können wir es halt nicht. Wir können es nicht immer und überall, nicht unter allen Bedingungen. Zum Beispiel unter Stress ist es halt sehr schwer. Unter Konkurrenz oder in Hierarchie. Oder unter Zeitknappheit. Auch eine Art von Stress. Oder wenn alle ständig am Limit eben überlastet sind. Auch eine Art von Stress. Können wir das sehr schlecht. Das ist aber möglicherweise nicht unser natürlicher Zustand. Vielleicht sind wir tatsächlich im natürlichen Zustand sehr viel kooperationsfähiger, sehr viel empathischer, sehr viel fähiger auch eigene Gefühle, eigene Bedürfnisse zu erkennen, aber auch die unserer Mitmenschen. So im Prinzip. Dazu müssen wir aber halt bestimmte Bedingungen herstellen, die halt derzeit nicht da sind, nicht gegeben sind, die erst hergestellt werden müssten. Also, wie man vielleicht hört, ich träume meines Erachtens auf eine durchaus realistische, pragmatische Weise von einer Menschheit, die fähig wird, sich konstant selbst gut zu tun. Überwiegend. Also, ich rede nicht von einem komischen Paradies oder einer komischen, merkwürdigen Form von Utopie. Ich rede ja, weil Utopie heißt einfach Nicht-Ort, wer das nicht weiß. U, das altgriechische U, Topos ist der Ort. U nicht, eine Variante von Nicht, also ein Nicht-Ort. heißt Utopie. Und ich rede eben nicht von einer Utopie, ich rede ja von einer pragmatischen, realistischen Möglichkeit, eine Gesellschaftsform zu realisieren gemeinsam, in der wir uns überwiegend gut tun und überwiegend andere Menschen als unterstützend, verlässlich, vertrauenswürdig, verständnisvoll, empathisch, respektvoll, eben freundlich erleben und die gegenteilige Erfahrung, die drastische Ausnahme ist. Also sozusagen, das halte ich auf dem heutigen Zivilisationsniveau durchaus erneut für realisierbar, aber wir müssen halt bestimmte Dinge dafür tun, die wir bislang nicht tun. Und das geht eben alles in Richtung der Begründung einer Losdemokratie, die um ein neuartiges Beziehungsgeflecht zwischen uns stiftet, eben die berühmte Befreundung der verschiedenen oder aka also known as Bürgerfreundschaft oder heute Bürgerinnenfreundschaft vielleicht. Also die Freundschaft von Mensch zu Mensch in der Rolle als Bürger und Bürgerin. Sozusagen. Wir befreunden uns nicht, weil wir ähnlich sind, weil wir ähnliche Interessen haben oder einer ähnlichen Schicht oder Klasse angehören oder aus der gleichen Gegend kommen oder keine Ahnung, ja, gleiche Altersklasse, gleiches Geschlecht, gleiche sexuelle Orientierung, gleiche Ansichten haben, sondern wir freuen uns als Bürger, das heißt als Verschiedener. Und das ist möglich, das sagt uns auch unsere moderne wissenschaftliche Freundschaftsforschung. Freundschaft zwischen verschiedenen Menschen ist möglich, aber sie ist voraussetzungsreich und diese Voraussetzungen müssen überhaupt erst hergestellt werden und genau wiederum, das tun wir nicht. Wir stellen nicht die Voraussetzungen her, die nötig sind, damit sowas wie Bürgerfreundschaft als stabiles Phänomen realisiert werden kann von uns und das heißt, wir leben eigentlich offengesagt in Feindschaft miteinander, ganz wie das der Olle Thomas Hobbes, sich mal gedacht hat, im Kampf aller gegen alle, wo das Leben im sogenannten, von ihm sogenannten Naturzustand, Status Naturalis, wo das Life solitary, poor, nasty, brutish and short ist. Reihenfolge ist, glaube ich, nicht ganz richtig, aber so in die Richtung, also es sind so fünf, sechs Attribute im Englischen und das heißt einfach, das Leben ist beschissen. Also wenn Menschen in einem konstanten Krieg und Konkurrenz und Kampfzustand mit einem Leben, ist das Leben für alle beschissen und das ist der Zustand, in dem wir faktisch leben. Gesellschaft ist scheiße, weil wir nicht befreundet sind. Gesellschaft ist scheiße, weil wir keinen echten Zusammenhalt haben. Und wir haben ihn nicht, weil wir ihn in diesen Dimensionen, in denen wir heute unterwegs sind, also so viele Menschen gleichzeitig, auch nicht einfach eben mal so realisieren können, weil uns Menschen, so wie wir halt gebaut sind, anthropologisch, biologisch, psychologisch, das einfach überfordert. Ja, so Fernstenliebe kann man als Wort Wort prägen, aber es hat keine wirkliche inhaltliche Füllung. Ja, so. Sobald es irgendwie darum geht, irgendwie knappe Ressourcen und Stress, ist es sofort vorbei mit der fernsten Liebe. Ja, wir Menschen brauchen Nähe, um einander wichtig sein zu können und wo Nähe nicht da ist, muss sie hergestellt werden, wo sie nicht von allein da ist und das tun wir nicht. Wir stellen keine Nähe zwischen den verschiedenen her, ja, wo wir uns in die Augen schauen und merken, der andere ist ja ein Mensch. Ja, der andere ist ja uns gar nicht so unähnlich und der andere ist vor allem nicht desinteressiert an dem, wie es uns geht. Das ist die entscheidende Erfahrung. Wenn diese Erfahrung allgemein wird, dem anderen ist es nicht egal, wie es mir geht und diese Erfahrung machen aber alle, entsteht ein ganz anderes Verhältnis, eine ganz andere gesellschaftliche Atmosphäre und das gönnen wir uns nicht, das geben wir uns nicht, weil es teuer in der Herstellung ist, ja, weil wir investieren müssten, um diese Erfahrung, dass wir tatsächlich wildfremden, anderen menschlichen Individuen tatsächlich wichtig sind und dass sie bereit sind, auf unsere Bedürfnisse und Gefühle und Wünsche einzugehen, dass das real ist und nicht nur einfach ein schöner Traum oder eine Utopie oder ein komisches Konzept, sondern dass das Realität ist. Das müssten wir halt erleben, ja. Und diese, wie soll man sagen, dieses allgemeine Erleben, allgemeinen, tatsächlich Geborgenseins in der Gesellschaft gönnen wir uns nicht, weil es teuer ist. Wir tun nicht das Notwendige, um das erleben zu können, ja. Und die Investition, auf die ich da setze in dem Bereich, ist immer die gleiche. Es ist die Losdemokratie artischen Typs. Es ist eine Gesellschaft, die künstlich Nähe zwischen verschiedenen herstellt, das heißt, auf hochtechnischem, sozialtechnologischem Wege. Das ist sozusagen die Lösung, die ich vor Augen habe für unsere tatsächlich, die allermeisten, zumindest gesellschaftlichen Probleme, die wir heute haben. Ja. So absurd das auch scheinen mag. So träumerisch. Ich halte es für absolut realistisch und auf hochpragmatischem Weg für erreichbar. Ceterum, Censio, Isonomia am, Essesortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Politie, die Isonomie, die Demokratie gelost werden muss. Ich halte es.